Willkommen zurück hier zum Witcher. So, wir haben den Greifen erledigt. Oh, jetzt habe ich gedacht, Platz hat auch keinen Kopf mehr. Scheiße, Mann. So, wir gucken jetzt erstmal, was hier oben noch ist. So, nachher muss ich unbedingt, was haben wir da, Jägerhandschuhe, Peter Walsfell, unbedingt mal zum Schmied. Oh, das ist natürlich besser als meine Stahlwaffe. Die so oder so repariert werden müsste. Was haben wir da? Rüstungsreparatur. Ich bräuchte aber für Waffen. Na gut, na gut. Na, das haben wir hier noch so. Da geht's nach unten, oder? Da würde ich aber gerne mal speichern. So, Florin. Die ist schon auf. Öl. Öl. Stiefel. Ich glaube, da hat's jetzt dann alles weg. Wo oben ist auch nichts mehr. Und dann gucken wir jetzt gleich mal wegen den Stiefeln. Jawohl. Er kommt ja langsam gut mit der Rüstung. Ähm. Aber wir müssen dann jetzt das Silberschwert reparieren. Ich wollte jetzt abgeschlossene Quests. Äh. Im vollen Stufe 4. Äh. So, dann lesen wir uns noch schnell die Bücher durch, was wir da gefunden haben. Na. Warum machst du mir... Jetzt das Buch wieder nicht auf? Jetzt. Da haben wir da. Gut. Werden wir jetzt mal gehen. Ah. Ah. So, und in die Mühle kommen wir vielleicht mal auch noch rein. Mal gucken. Mal gucken. Da müssen wir bestimmt klettern. Nein. Geht doch. Wart verschlossen. Hm. Okay. Krieg ich nicht auf. Schade. Hä. Ist jetzt gern noch reingegangen. Nun gut. Aber ich finde, das, was wir jetzt hier rausgeholt haben, war schon nicht schlecht. Halt. Da war noch was zum Aufsammeln. So. Plötze. Lass uns reisen. Da hat es noch ein Fragezeichen. Ist das der Friedhof vom Anfang? Wird ich zwar gerne hingehen. Aber erst muss ich hierhin eine Klinge reparieren. Alles andere ist jetzt gerade die Nebensache. Was macht der denn hier? Verdammte Hexer. Ey. Ach, jetzt so freundlich. Jetzt so freundlich. Ah ja. Ja. Kleiner Pisser, du. So. Auf zum Schmied. Achtung, Kind. Und, äh. Dann werden wir mal unser Silberschwert aufwerten wieder. Und, dann werden wir... Dann werden wir gucken. Er feiert und sehnt, Kaiser M. hier zieht sich, dass er in der Welt fällt, wo schüsst du ihn soll. Sehr schön. Hallo Schmied. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Aha, aha. So. Gegenstände herstellen. Ja, das ist wie mit den Tränken, oder? So. Zerlegen. Aha. Was haben wir da? Vogelfedern. Aha, aha. Aha, aha. Okay, da kann ich... Was haben wir da? Nein, die haben wir weggegeben, oder? Die haben wir verkauft. Das hätte mir jetzt nochmal fünf Rüstungen gegeben. Ja, wenn man das vorher wüsste. Reparieren. Und zwar... Mein Silberschwert. Zustand 48, Preis sein... Oh Gott. Naja, okay. Wissen wir ja. Das haben wir ja eh alles gesockelt. Äh, Quatsch, gesockelt bin ich bescheuert. Gedingst. Oh, meine Fresse. Mir fallen die Wörter heute wieder nicht ein. Ähm. Wir haben ja jetzt eine andere Waffe. Das wollte ich sagen. So, meine. Es ist schon wieder etwas spät. Aber naja. Ah, ich bin gerade in der Nähe. Dann... Ah, ich bin doch nicht in der Nähe. Ich war in der Nähe von meiner eigenen Markierung her. Ah, so. Dann würde ich sagen... Ich gehe nochmal hier hin und versuche das nochmal... Mit dieser... Erscheinung... Plätze. Plätze. Hängst schon wieder fest, ne? Na komm hier. So ist fein. Nicht so schnell, Plötze. So ist gut. Halt. Ja, Plötze hat Wasserangst. Äh, Wasserangst. Angst, Angst vorm Wasser. Oh mein Gott, jetzt bin ich wieder. Jut-Truppe, wa? Ah, da bist du. Ja, schon. Mal auf hier rumzurotzen, ey. Sowas Unanständiges. So, ich möchte jetzt unbedingt schauen, ob ich die äh, alte Pfeife da jetzt mal machen kann. Halt. So ist gut. So. Nochmal speichern. Wo ist sie? Wo? Wo ist das Vieh? Weg. Na gut, dann werden wir jetzt mal hier interagieren. Sehr schön. Das war ja eigentlich der Grund, warum ich hier hin bin. Und dann werden wir das Pünktchen auch gleich vergeben. So, das hat man ja alles gemacht, was wir machen wollten. Äh, schneller Angriff. Fünf Prozent. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Weil vorwiegend gehe ich ja über schnellen Angriff momentan. Juhu. Zehn Prozent. Zwei Adrenalinpunkte. Zack. Äh, stimmt zwar mit meinem Mutagen jetzt nicht überein. Ist aber relativ egal. Äh, was war das? So. Hier unten ist was aufgegangen. Äh, Da ist es in Ruft. Äh, denke ich mal sind eher Geister. Äh. Da ist die alte Teilbände. Okay. Ich sehe hier gerade mal gar nichts. Ich muss mir jetzt erstmal hier ein bisschen Licht machen. Halt. So, jetzt. Die Pilze. Sind das keine guten Pilze? Nein, das sind keine guten Pilze. War es noch was? So. Dann da haben wir noch Pilze. Da haben wir noch Licht. Na komm. Na komm. Äh, hä. Aha, aha. Guck ich doch gleich mal. Ach, schade. Schade. Äh. 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 Aber da war doch jetzt gerade noch irgendwie so ein... Anderes Beil, oder nie? Oder nur Reste? Aha. Oh, wo sind die anderen Sachen hier hin? Kann ich noch was anmachen? Na komm. Ich wollte eigentlich die hier oben. Äh. Da komm ich nicht rein. Ja, jetzt hat es mal kurz aufgeploppt, aber... Uh, noch mehr Schwerter. Es ist ein Traum. Was haben wir da? Noch mehr Leichen. Sehr. Und da hinten ist nichts mehr. Ja, ich glaub dann hab ich jetzt hier unten... Alles... Gelootet. Können wir ja wieder gehen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja. Ähm. So, und die anderen Schwerter? Was hat es mit denen aus sich? Das ist auch schlechter. Die Handschuhe. Die Handschuhe. Schlechter. Hm. Alle Scheiße. So, dann hat es aber noch... Ähm. Buch gehabt, oder nie? Äh. 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 Wie von Schule. Okay. Okay. Ja, ja. Oh, dann haben wir genug. Cronen. So. Ähm. Ähm. Quest Folgen. Töne Belohnung. Ja. So. Das war's wieder für diese Folge. Ähm. Ich bin ganz froh, dass das so gut geklappt hat. Steckt der Schatz? Jawohl. Da hat man auch gleich das Fragezeichen mit erledigt. Super. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir noch ein paar andere Fragezeichen hier machen können, bevor wir zur Garnision gehen. Aber wir arbeiten uns da in die Richtung. So ein bisschen wie. Und äh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.